Eine rollende Kugel kommt nach einer gewissen Zeit zur Ruhe. Da sich die Geschwindigkeit der Kugel ändert, muss ein anderer Gegenstand eine Kraft auf die Kugel ausüben. Beim Rollen ist das die Unterlage, auf der die Kugel rollt. Immer wenn sich ein Körper bewegt und dabei andere Gegenstände berührt, wirken auf den Körper Kräfte an der Berührungsfläche. Diese Kräfte nennt man Reibungskräfte. Reibungskräfte werden immer ausgeübt, wenn sich Körper während der Bewegung berühren. Es gibt auch Reibungskräfte zwischen ruhenden Körpern, wie wir im übernächsten Video sehen werden. Reibungskräfte bewirken Zusatzgeschwindigkeiten. Wie bei der Boccia-Kugel kann diese Zusatzgeschwindigkeit der Anfangsgeschwindigkeit entgegengesetzt sein. Rollen zwei Boccia-Kugeln über Rasen und über Beton, so kommt die Kugel am Rasen schneller zur Ruhe. Die Reibungskraft zwischen Kugel und Rasen ist also größer als die Reibungskraft zwischen Kugel und Beton. Reibungskräfte sind abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Gegenstände. Betrachtet man die Oberfläche der Gegenstände mit einem Mikroskop, so erkennt man, dass die Flächen rau bzw. uneben sind. Diese Rauheit der Flächen sorgt dafür, dass sich die Gegenstände ineinander verhaken. Sie halten sich sozusagen gegenseitig fest.